Hallo und willkommen heute hier von der Wasserwiese in der schönen Praterallee. Ich kann nicht allzu laut reden, weil Nele ist mir gerade erst eingeschlafen. Ich werde jetzt dann meine zwei anderen Mädels abholen. Die Ines und die Tinka spielen hinten auf dem Kinderspielplatz noch. Und wir gehen dann da gleich über die Brücke rüber zum Gasthof Amon, den wir heute für euch testen werden. Ich freue mich schon sehr drauf, ich habe schon ziemlichen Hunger. Und es gibt auch einen eigenen Kitzkorn, auf den sich die Tinka schon sehr freut. Ich sage euch dann, wie es war, bis bald, Mahlzeit! Musik